40 Tage Anfang 2016 kam Jesus immer wieder und sprach zu seinen Jüngern darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Seid gegrüßt! Schau, dort ist Jesus! Hallo, meine Jünger! Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist, den euch mein Vater versprochen hat. Mit diesen Worten verabschiedete sich Jesus und verschwand in einer Wolke. Nun wisst ihr, warum wir diesen Tag als Feiertag haben.